Hallöchen und weiter geht's mit Jurassic World. So legen wir einfach mal gleich los und sammeln hier erstmal wieder ein bisschen Cola ein. So anschließend checken wir einfach mal unsere Dinos welche wir eventuell noch evolutionieren können. Und außerdem will ich auch gucken welche Dinos wir hier noch auf Level Nr. 40 pimpen können. Nächster Zeit will ich mir auf jeden Fall mal angucken. Ist auf jeden Fall eine entspannter und dir spannter Angelegenheit würde ich sagen. Könnt ihr euch ja auf jeden Fall mit drin ziehen wenn ihr Bock habt drauf habt. So wir fangen erstmal an und sammeln hier die Cola ein. Außerdem gehen wir natürlich auch gleich nochmal einen Kampf. Gucken ob wir hier im Event noch irgendwie ein bisschen was bewirken können. Wäre auf jeden Fall eine coole Sache wenn da mal wieder ein bisschen was klappt. Dass wir wieder ein bisschen weiter nach oben stiefeln. Auf dem Treppchen sozusagen beziehungsweise in den verschiedenen Ligen. Wir sind in einer Jägerliga zur Zeit und können ein extrem seltenes Paket als Belohnung bekommen. Das ist natürlich schon cool. Ich weiß ja nicht in was für einer Liga seid ihr. Könnt ihr ja mal reinschreiben in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall interessieren. So. Das haben wir erledigt. Das haben wir erledigt. Dann können wir auch eigentlich gleich mal hier in unserer Brutkammer einchecken. Gucken was wir da so haben. Habt ihr das schon gesehen oder nicht. Genau den haben wir. Den Hatzegub Tricks. So. Dann platzieren wir den erstmal. Könnt ihr noch erstmal pimpen bis auf 10. Auf 10. Das haben wir erledigt. Sehr schön. Zwischen mal erstmal wieder zurück. Würde ich sagen. Weil weiter pimpen können wir den eh nicht. Wir haben den jetzt eben auf 10. Auf 20. Und auf 30. Also wir brauchen auf jeden Fall noch einen davon. Und dann können wir auf jeden Fall gut loslegen. Und den bis auf Level Nr. 40 pimpen. Von daher haben wir da schon den ersten. Den wir jetzt gerade so gesehen haben. Gehen wir mal weiter. Dann haben wir hier natürlich den Tropigenathos. Das haben wir auf 40. Da brauche ich nichts weiter zu sagen. So. Wir füttern und füttern und füttern. Können uns den gleich mal angucken. Was wir hier machen können. Ah. Wir könnten den verbinden. Mit wem? Achso. Okay. Hätte ich gerne mal gesehen. Aber den können wir uns auch später nochmal angucken. Ich weiß ja nicht. Habt ihr schon ein paar Verbundene hier am Start? Ich noch nicht. Von daher muss ich da auf jeden Fall noch ein bisschen was machen. Dass es soweit ist. Werden wir natürlich auch einen Angriff nehmen. Dann sehen wir hier auch gerade. Alanka. Haben wir 2 auf 30. Das ist natürlich auch top. Da können wir auf jeden Fall auch den nächsten bis auf 40 pimpen. Sieht auf jeden Fall gut aus. Könnten wir die beiden auf 20. Die beiden 20 auf 21. Also hier fehlt uns doch noch ein bisschen was. Also da müssen wir noch ein bisschen sammeln. Um hier was zu reißen. Hier haben wir 1 auf 20. Den Tapaya. Den Zaihandu. Den haben wir auch noch auf 20. Den haben wir auf 10. Ok. Also die fällt da erstmal halt aus. Können wir hier weiter gucken. Nö. Was hatten wir da? Ah, hier haben wir unseren Argentinosaurus, der ist auf 40, von daher brauchen wir da auch nicht weiter drauf achten. Ah, hier sieht es auch jüde aus, Bonita Soura, da können wir auf jeden Fall auch richtig was machen, die bin auf 10, dann auf 11, auf 20 und dann bis auf, alter, richtig Nobel, das wäre der nächste, den wir bis auf 14 pimpen können. Das ist auf jeden Fall richtig Weltklasse, haben wir schon drei Stück entdeckt. Die waren natürlich in nächster Zeit jetzt bis auf 40 hochpimpen können, das ist natürlich Bombe. So, gucken wir mal weiter, haben wir noch einen, den, nö, den haben wir nicht, dann hätten wir hier noch einen, den wir pimpen können, das machen wir auch gleich mal. Unser Neuterruptor, den pimpen wir natürlich auch erstmal bis auf 10, von daher läuft das hier hoch, da bräuchten wir auch nur noch einen, also einen auf Level Nummer 1, den wir dann aufleveln können. So, hier sieht es genauso aus, also von daher langsam wird's, wir gehen weiter, und was haben wir hier jetzt, wir gehen auf 40, den haben wir auch schon auf 40, den auf 40, von daher denke ich, haben wir eigentlich relativ gute Karten, die bin auf 20, alter, das läuft hoch, dann haben wir den nächsten auf 30, den nächsten Guanlong, also da geht's auf jeden Fall richtig ab, da würde ich mal gerne wissen, ob wir den auch verbinden können, ne, können wir nicht, das ist natürlich ein bisschen schade, würde ich auf alle Fälle gerne, gut, dann haben wir hier erstmal einen Überblick, die können wir natürlich auch noch evolutionieren, das werden wir auch noch machen, aber sonst sieht's hier eigentlich relativ mau aus, der Labyrintho und sonst sieht's eigentlich nicht so spektakulär aus, so, dann werden wir erstmal wieder einen ausbrüten, wen nehmen wir da, dann nehmen wir Argentinosaurus, würde ich sagen, oder den Tropiognathus, nehmen wir den einfach, den brüten wir aus, ich bin gespannt, mit den konnten wir doch was anfangen, oder? Habe ich mich jetzt hier irrt, ne, ich habe mich hier irrt, schade, das war Alanka, aber Alanka haben wir ja nicht zum ausbrüten mit am Start, von daher ist es halb so wild, den Cool Asuchus könnten wir auf jeden Fall noch ausbrüten, da können wir gleich mal gucken, wie sieht's bei dem aus, wo haben wir den, hier haben wir ihn mal auf 20, coole Sache, da wird's auch langsam, dann können wir hier erstmal eine Evolution nehmen, da nochmal die Lage checken, und, 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 ey, das ist wieder so bitter, müssen wir gleich nochmal am Rad drehen, das machen wir aber natürlich, damit können wir leben, denke ich, so, dann gehen wir auch erstmal in den Kampf und checken hier die Lage, gucken, ob wir hier nochmal was reißen können, sind wir abgeschmiert, auf 97 sind wir, okay, 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 können wir gleich nochmal in den Kampf gehen, würde sagen, nehmen wir einfach mal die Dreie hier mit ins Boot und gucken, was da so geht, und, 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 ah, ist auf jeden Fall wie ein harter Brocken, ob wir das packen, glaube ich nicht, was machen wir jetzt, ich nehme den erstmal mit in die nächste Runde, das wird auf jeden Fall ein richtig harter Brocken, da glaube ich noch nicht dran, dass wir hier irgendwie bestehen können, wenn der mit Zwerer angreift, könnte er mich, würde ich sagen, der blockt den, okay, das war erstmal gut für uns, greift er an, der greift nicht mal an, ja, der war wichtig, den kloppen wir auf jeden Fall auseinander, so muss es laufen, dann blocken wir in der nächsten Runde auch gleich mal zwei, ich hoffe natürlich, dass es dir lohnt hat, ich weiß nicht, was er veranstaltet, bittere Aktion, alter, hätte ich den vorher gewusst, hätte ich die mit in die nächste Runde genommen, wäre vielleicht doch sinnvoller gewesen, aber es ist ja, jetzt ist es so, wie es ist, von daher können wir da nichts ändern, wie gesagt, blocken wir zwei, und der greift nicht mal an, und reichtet, reichtet, ich würde sagen, ja, ja, geile Sache, jetzt kommt es natürlich, gucken, was wir jetzt reißen, jetzt wird der natürlich angreifen, mit allem, was er hat, kann ich mir vorstellen, oder, nö, macht er nicht, ja, genau so wollte ich es, schöne Ding, jetzt haben wir den anderen Dino am Start, und können mit dem natürlich richtig abdrehen, da sieht unser Gegner, auf jeden Fall, keine Sonne, haben wir doch noch irgendwie auf drei, geile Sache, jetzt ziehen wir auf jeden Fall richtig ab, dumm gelaufen, würde ich sagen, wir hatten Glück, hätte woanders aussehen können, also, wir hatten wirklich Glück, muss ich sagen, war ein guter Gegner, hat auf jeden Fall auch gut Fun gemacht, so, den Sieg haben wir in der Tasche, ich hoffe natürlich, dass es im nächsten Kampf so ist, ich weiß bloß nicht, wie weit war jetzt steigen, Alter, das ist zum Kotzen, jedes Mal, wenn ich da durch bin, fliege raus, jetzt kann ich wieder nicht selber am Rad drehen, Alter, und kriege nur hier so ein Ollet Futter, die Psyani, naja, gut, okay, ist nicht zu ändern, dann würde ich sagen, gehen wir gleich nochmal im Kampf, und gucken, was wir hier nur so reißen können, ich würde sagen, gehen wir hier gleich nochmal auf kämpfen, gehen hier auf unsere drei Dinos, und probieren das natürlich gleich nochmal zu toppen, ob wir es natürlich schaffen, weiß ich nicht, kommt nochmal auf den Gegner drauf an, von daher, müssen wir sehen, Halleluja, heftige Sache, also, ich glaube, da haben wir jetzt relativ schlechte Karten, denke ich schon, also, was wollen wir hier reißen, müssen wir sehen, wir nehmen den erstmal mit in der nächste Runde, würde ich auf jeden Fall vorschlagen, was macht der, greift er gleich mit zwei an, oder nicht, ja, macht er, dann greifen wir einfach mal mit drei an, aber das wird auch nicht reichen, doch, das reicht, geile Sache, coole Sache, schöne Ding auf alle Fälle, das hat sich auf jeden Fall gelohnt, klar, er wird uns jetzt natürlich weg, Herr Mann, aber das ist halb so wild, gucken, wie es weiter geht, so, ihn blocken wir, zwei nehmen wir mit in der nächste Runde, gucken, was er veranstaltet, greift er an, oder greift er nicht an, ah ja, greift er an, mit drei, alter, na, jetzt haben wir verkackt, hätten wir das übergelebt, dann hätten wir auf jeden Fall relativ gute Karten gehabt, aber so können wir jetzt erstmal nur aufs ganze gehen, was sollen wir sonst reißen, damit gewinnen wir auf jeden Fall keinen Blumentop, die letzte Runde, darauf kommt es an, oh, 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 bei Glover, er wird einfach mit alt angreifen, was er hat, und macht uns da noch, denke ich mal, platt, also kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, naja, habe ich mir schon gedacht, gut, bittere Aktion, hätte woanders laufen können, aber naja, gut verkauft haben wir uns nicht wirklich, ich hoffe, im nächsten Let's Play wird es besser, trotzdem hoffe ich natürlich, dass es euch gefallen hat, und ich wünsche euch bald, bis dann, tschö,